Warnung! In dem folgenden Programm wird das Wort Sammlerschutzhüllen überdurchschnittlich oft benutzt. Wem es Schmerzen bereitet, das Wort mehr als zehnmal zu hören, sollte jetzt abschalten. Weiteres Anschauen erfolgt auf eigene Gefahr. Viel Spaß bei RetroKrempel. Grube zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von RetroKrempel. Ich melde mich mal wieder zurück mit einem Update-Video. Was ist in letzter Zeit so passiert? Ein paar Entscheidungen sind getroffen worden. Ein paar Neuzerge gibt es natürlich auch. Wir starten gleich mal los. Wir befinden uns immer noch mitten in der Corona-Zeit. Leider sind auch Großveranstaltungen noch nicht zugelassen. Einige Börsen, auch am Ende vom Jahr, sind schon abgesagt worden. Und einige, glaube ich, auch schon Anfang nächsten Jahres sind schon abgesagt worden, da wir uns immer noch nicht wissen, wo wir uns genau befinden. Viele Lockerungen sind in den letzten Monaten ja durchgegangen. Mittlerweile sind aber auch wieder Infektionszahlen gestiegen. Also wir wissen immer noch nicht genau, wo wir uns befinden. Flohmärkte, beziehungsweise halt auch Börsen, wie gesagt, finden bei uns eigentlich nicht so wirklich statt. Zumindest nicht bei mir in der näheren Umgebung. Von daher gibt es da nichts Neues. Es sind ein paar Besuche geplant mit ein paar Retro-Sammler-Kollegen. Allerdings ist da noch nichts Konkretes fest, da, wie gesagt, immer noch Corona-Zeit. Und wahrscheinlich wird das jetzt so zum Ende vom Jahr hin oder Anfang nächsten Jahres verschoben. Aber da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, ich habe ein paar Entscheidungen getroffen. Und zwar gilt das meine Sammlung. Ich habe zwei Systeme aussortiert aus meinem Videospielbereich. Und zwar einmal den PlayStation-Sektor. Den habe ich komplett rausgeschmissen, bis auf einige wenige Spiele. Und eine PlayStation-2-Konsole, die ich mir damals gekauft hatte. Und eine PlayStation-3-Konsole, die ich halt noch auch zum Blu-Rays schauen nutze. Obwohl, ich habe, glaube ich, zwei Blu-Rays oder so. Von daher ist das als Blu-Rays-Player eigentlich nicht wirklich in Benutzung. Aber so ein paar Spiele wie DuckTales Remastered oder God of War in verschiedenen Ausführungen, die habe ich dann doch noch behalten. Die möchte ich auch weiterhin spielen. Und deswegen ging bis auf eine Handvoll Spiele komplett meine PlayStation 1, 2 und 3 Sammlung. Das waren, glaube ich, insgesamt so um die 170 bis 200 Spiele müssten das gewesen sein. Nein, davon hat aber PlayStation 2 den größten Anteil gemacht. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe die Sachen schon lange nicht mehr angefasst. Warum soll ich sie noch aufheben? Jemand anders wird glücklich damit. Und ich hatte das Glück, dass die ganze Sammlung jemand abgeholt hat. Alles auf einmal für einen guten Preis. Und von daher weine ich der PlayStation-Sammlung da natürlich keiner Träne nach. Auf meiner Sega Mega Drive-Sammlung ging es an den Kragen. Da habe ich bis auf eine Handvoll Spiele wie Comic Zone, Turtle, Hyperstone Heist, Tournament Fighters oder Captain Planet und noch so ein paar Kleinigkeitsspiele. Die habe ich dann behalten. Ich bin einfach mit dem Mega Drive nicht warm geworden. Ist nicht meine Kindheitskonsole. Und von daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, bevor die Sachen wirklich im Keller versauern, werde ich auch die Heavy Hitter und sowas abgeben. Die werden wahrscheinlich demnächst irgendwann mal abgeholt von jemandem. Falls derjenige sich doch umentscheiden sollte, dann werde ich die Sachen in der Online-Börse stellen. Die hat der gute Bürgermeister Baltic Games oder Retro-Kabinett, wie er es sich mittlerweile nennt, mit dem guten Chico und dem Nico, glaube ich, veranstaltet. Über Discord haben wir das gemacht. Und war eine ganz coole Aktion, dass man halt, wenn die Börsen im Real Life nicht stattfinden, dass man wenigstens da so eine kleine Alternative hatte. Da konnte man dann ein bisschen verkaufen, stöbern, tauschen und so weiter. Das war ganz cool. Kommen wir mal zu meinen Neuzugängen. Und als erstes starten wir mal mit einer Großbestellung beim guten Manuel von sammlerschutzhüllen.de. Gruß an den guten Manuel. Der hat mir einen ganzen Schwung Sammlerschutzhüllen immer wieder angefertigt. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Denn die Sachen sind es auf jeden Fall wert, eingecased zu werden. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal eine kleine Auswahl. Als erstes zeige ich euch mal das Retro-Katapult von den Hero Turtles. Ja, von den Hero Turtles. Denn es ist die europäische oder die deutsche Bandai-Version mit deutscher Beschriftung oder Multi-Language-Beschriftung, Deutsch-Englisch. Und das habe ich mir auch schon vor einiger Zeit mal besorgt. Das habe ich, glaube ich, euch auch schon mal gezeigt. Das ist jetzt stellvertretend für das Zwillingskolben-Geschütz von den Hero Turtles. Denn das ist so weit auf dem Schrank, dass ich da momentan nicht mehr drankomme mit entsprechender Spezialleiter. Das war auch ein Riesenakt, das da hochzubringen. Und ja, da habe ich mir eine Sammlerschutzhülle für anfertigen lassen. Und hier ist jetzt stellvertretend, weil es die gleiche Größe ist, das Retro-Katapult, so als Größenvergleich. Machen wir gleich weiter mit dem Japskate von den Hero Turtles. Leider nicht mehr in der Sealed-Variante. Das ist einfach nur eine lose OVP. Habe ich mir damals bestellt, zu einem sehr guten Preis. Haben es erstmal besser als brauchen. Ebenfalls in einer wunderschönen Sammlerschutzhülle. Leider kann ich euch das nicht so gut zeigen, weil das sonst so spiegelt hier mit dem Scheinwerfer. Aber ich denke mal, ihr wisst ja, die Qualität von Manuel habe ich ja schon ein paar Mal gelobt und auch schon ein paar Mal hier gezeigt. Und hier haben wir ebenfalls ein super eingecasedes Stück Retro-Geschichte. Kommen wir als nächstes Mal zu was ganz Besonderem für mich. Und zwar zu dem Flasch-O-Matic von den Hero Turtles. Ebenfalls die Bandai-Version. Und das ist was ganz Besonderes, denn es ist für mich ein Kindheits-Highlight, weil ich hatte es als Kind und habe damit sehr, sehr gerne gespielt. Und das ist für mich noch zusätzlich was Besonderes, weil das Teil hatte schon mehr Flugmeilen auf dem Tacho als ich. Denn das Teil ist 1989 in Makao hergestellt worden und ist dann nach Deutschland gekommen. Ich weiß jetzt nicht direkt nach Deutschland oder über die USA nach Deutschland oder irgendein Vertriebsnetz. Ist dann aus Deutschland wieder zurück in die USA gekommen. Wahrscheinlich über Ebay, über einen Sammler. Und aus Amerika wieder zu mir. Also CO2-Bilanz von diesem Teil ist wirklich erschreckend. Und ja, wir haben gerade wieder Besuch. Und ich finde es halt einfach was ganz Besonderes. Es hat jetzt diese super lange Zeit, es sind immerhin 31 Jahre, fast unbeschadet überstanden. Und es ist noch eine Sealed-Variante. Und wie gesagt, was ganz Besonderes, weil es hat hier noch den deutschen Karstadt-Aufkleber. Mit dem Preis von 27 D-Mark und 95 Pfennig. Und es ist wie gesagt eine Sealed-Variante, die schon mehrmals über den ganzen Globus geschippert worden ist. Und ja, endlich bei mir. Und schaut euch einfach mal dieses Artwork an. Mega, mega geil. Hier hinten der Michelangelo, der so sehr martialisch an die Wand gekettet ist. Der Raphael, der Donatello, der unter dem ganzen Ooze begraben wird. Und der Shredder, wie er einfach nur hämisch sich freut, dass die Turtles hier gerade sehr leiden. Und ja, back to the fishbowl Turtles steht noch oben. Mega, mega geil. Ich freue mich super, dieses Teil bekommen zu haben. Und es war vergleichbar auch gar nicht so teuer über Ebay. Ich weiß gar nicht, Sofortkauf oder Ersteigerung. Ich glaube, ich habe dafür 70 Dollar bezahlt. Für mich absolut in Ordnung. Super, super geil für meine Turtles-Sammlung. Als nächstes haben wir noch ein Kindheitshighlight von mir. Und zwar den Pizzawerfer von den Hero Turtles. Den hatte ich damals als Kind. Und es ist auch einer der Spielzeuge, einer der wenigen Spielzeuge von mir. Mit dem ich auch ein Foto habe. Und zwar als blonder, lockiger Junge. Das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, weil die Haare nicht mehr so viele sind. Und die sind auch nicht mehr blond und auch nicht mehr so krass gelockt wie früher. Aber Kindheit der 90er halt. Und ja, der Pizzawerfer ebenfalls in einer Sealed-Variante. Mega, mega geil. Ich habe das so gefeiert, wie ich den gefunden habe. Hatte den damals auch abgeholt bei einem, sagen wir mal, Sammlerkollegen. Den kannte ich vorher allerdings noch nicht. Und ja, in einer super, super geilen Sammlerschutzhülle von gutem Manuel. Und ja, jetzt freue ich mich einfach nur, dass dieses Teil seine verdiente Rente antreten kann in meiner Sammlung. Immer wieder zu den Videospielen. Hier habe ich ein wunderschönes Portable Carry-All-Case von dem guten alten Gameboy. Ebenfalls in der Sealed-Variante und mit einer wunderschönen Sammelschutzhülle ausgestattet worden. Sehr, sehr geil. Und ja, was soll ich dazu sagen? Einfach nur geil. Vor kurzem habe ich über Kleinanzeigen einen sehr coolen Fund gemacht. Und zwar wollte ich eigentlich ein paar andere Sachen bei dem Kollegen abholen. Und ich hatte dann gefragt, ob er noch ein bisschen was anderes hat. Und er meinte, ja, er hätte noch ein paar Mask-Sachen. Und da habe ich mir dann ein paar Fahrzeuge, ein paar Figuren, Masken, Zubehör, was er dann so in so einer kleinen Kiste dann noch gebracht hatte. Plus eine Originalverpackung mitgenommen, auf die es der gute Bürgermeister, der gute Flo, abgesehen hat. Und zwar auf dem Manta mit der Vanessa Warfield. Sehr, sehr geiles Ding. Leider nicht mehr in einem perfekten Zustand, weil hier oben ist ein bisschen eingedrückt. Vielleicht kann man den noch wieder ein bisschen gerade bügeln oder so. Aber ansonsten ist es trotzdem ein sehr, sehr schönes Verpackung. Eine sehr schöne Verpackung, ein sehr schönes Fahrzeug, wollte ich sagen. Das Fahrzeug ist komplett. Leider fehlt bei der Vanessa die Maske. Da muss ich jetzt mal auf die Suche gehen. Die Masken sind ja nicht mehr ganz so leicht zu finden. Sehr, sehr cool. Aber auch hier in so einer Sammlerschutzhülle sieht das Teil wieder fast case fresh aus. Und ja, freue ich mich wieder in meiner Mask-Sammlung ein weiteres Fahrzeug in Originalverpackungen begrüßen zu dürfen. Die Figur, die ich eigentlich von dem Kollegen haben wollte, war dieser wunderschöne Placerias. Ja, ein der Mini-Dinos aus der zweiten Wave. Sehr, sehr cool. Hier auch noch mit dem Monoclonius abgebildet. In einer etwas sehr grünen Farbe. Und ja, was soll man dazu sagen? Richtig cooles Teil. Ich mache es mal für euch auf. Es hat leider an der Seite einen kleinen Abriss, der sich hier bis auf die Rückseite bindet. Aber das Coole ist, das war ein Tesafilmstreifen, um das Teil halt zu versiegeln. Und der ist hier auch noch dabei. Das heißt, das Teil ist sozusagen sealed unbeschädigt, wenn man es so sehen möchte. Und dann machen wir das mal auf. Und das Teil ist wirklich zu 100% komplett. Mit Schnur, mit Innenkarton und allem, was dazu gehört. Richtig, richtig cool. Und das hat mich sehr gefreut, das Teil zu einem wirklich guten Preis gefunden zu haben. Inklusive noch den Triceratops in Originalverpackung und einiges an Zubehör. Es ist einfach nicht mehr leicht, an DinoRider-Sachen zu kommen. Und wenn man dann die Sachen auch noch abholen kann und die dann auch noch zu einem fairen Preis bekommen, finde ich das absolut sehr, 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 sehr geil. Und ja, wunderschöne Sammlerschutzhülle. Was soll ich dazu sagen? Mega cool. Der Placerias von den DinoRiders. Ebenfalls neu in der DinoRider-Sammlung der Stutiumimus. Ja, DinoRiders und ihre komischen Dino-Namen. In einer wunderschönen, in einer wunderschönen Version, also in einem wunderschönen Erhaltungszustand. Und dann zeige ich euch mal noch das Innenleben, denn der ist auch zu 100% komplett. Und das ist was, was ich halt immer mega feiere, wenn die Sachen einfach sehr komplett sind. Sind natürlich dann auch mal den ein oder anderen Euro teurer. Aber sie sind halt auch wie aus dem Geschäft mit Innenkarton. Sogar die Waffen sind noch im Gussrahmen drin und so weiter. Also das ist wirklich in einem richtig geilen Zustand. Und hinten, ja, wie gesagt, das Artwork. Die Farben sind einfach noch mega gut erhalten. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr geil als DinoRider-Sammler. Mittlerweile müsste ich sogar alle, ne, bis auf einen, habe ich alle kleinen Dinos zusammen. Mir fehlt jetzt noch der, ähm, das müsste ich überlegen. Auch so ein kleiner, so eine Art Triceratops, halt ohne Hörner. Komme jetzt gerade nicht auf den Namen. So ein kleiner Erkundungs-Dino ist das. Der fehlt mir noch und ansonsten müsste ich alle von den Kleinen haben. Jetzt geht es dann halt darum, die Großen sich zusammenzusuchen. Dann habe ich mir auch den guten Raptor. Ihr wisst, den Namen kann ich nicht aussprechen. Und, ähm, es ist einfach ein Raptor. Ein Raptor von den DinoRiders, von der guten Fraktion. Da fehlt mir noch der Böse, also von den Rulonian. Der, der ist auch nicht so leicht zu finden und wenn auch super teuer. Und ja, hier der aus der ersten Wave. Sehr cool, ebenfalls in einer wunderschönen Sammlerschutzhülle. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich zeige ihn euch. Ich packe ihn nochmal schnell aus und zeige euch den Dino nochmal mit diesem wunderschönen Schaufenster. Das ist halt der Nachteil, wenn die Sachen in einem Case drin sind. Man kann sie leider nicht mehr so schön präsentieren, beziehungsweise mal so kurz zeigen mit allem drum und dran. Auch mit Innenkarton, alles was das Herz begehrt. Hier ist sogar noch der Original Gummi dabei von dem Dino. Nicht mehr ganz so geschmeidig, aber dementsprechend noch dabei haben, besser als brauchen. Und ebenfalls ein Grund, warum ich die Hüllen vom guten Manuel bevorzuge, ist, dass man die Sachen halt schnell entnehmen und auch wieder einpacken kann. Bei einem Sora-Case, ihr wisst, ich bin da nicht so ein Fan von, bei einem Sora-Case müsste ich die Sachen jetzt erstmal, ja, aufwendig aufschrauben, rausnehmen, wieder aufwendig zuschrauben und, ja, nee, Sammlerschutzhülle. Als nächstes ebenfalls eine Dino-Rider-OVP aus der dritten Wave, also aus der seltensten Wave, wenn man das so sehen möchte. Es ist nur die OVP in einem nicht mehr schönen Zustand und auch, also wirklich nur die OVP und leider auch nicht ganz komplett. Und zwar geht es hier um den Quetzalocatus, also ein Flugsaurier in so einer Tiger-Optik oder in so einer Leoparden-Optik. Einer der letzten Dinos, die rausgekommen sind, leider, wie gesagt, nicht komplett. Den Dino habe ich nicht, ist allerdings auch ein Dino, den ich in der Kindheit hatte. Das heißt, da werde ich irgendwann mal noch ein bisschen investieren müssen, dass ich den wieder so bekomme, wie ich ihn damals auch hatte. Und, ja, wunderschön. Trotzdem in der Originalverpackung, auch wenn es eine englische oder eine amerikanische Originalverpackung ist, habe ich mir über eine Dino-Rider-Gruppe, glaube ich, oder über die Motorbrust-Gruppe, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, von Facebook, habe ich mir die organisiert und, ja, zu einem guten Preis bekommen. Und deswegen erstmal bin ich froh, dass ich die OVP habe. Eventuell wird die dann auch mal getauscht gegen irgendetwas, was man halt begehrt. Das ist ja dann auch immer sehr schön, wenn man sowas dann mal, wenn man es eh noch nicht hat, vielleicht dann auch als Tausch-Stuff dann irgendwie sich mal anschafft. Und, ja, irgendeiner wird es dann freuen. Mich wird es dann auch freuen, wenn ich die Einzelteile habe. Von den, ähm, den Fahrer, den muss ich hier noch reintun. Den habe ich nämlich noch. Und den Hahnig, den habe ich auch. Die Maske, die Waffen und so weiter, die fehlen halt noch. Und halt auch natürlich der Dino, das ist der Haupt-Act sozusagen. Aber kommt Zeit, kommt Dino. Kommen wir mal zu einem Dino-Rider-Thema. Und zwar sind das, äh, ja, sozusagen wiederverwendete Dino-Rider-Dinosaurier. Und zwar haben wir hier eine Dinosaur-Collection von Tycho. So, in einer Multi-Language-Box. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich euch die schon mal gezeigt habe oder ob ich es vorhatte auf jeden Fall. Und, ähm, ja, hier ist einmal ein Flugsaurier. Der, ähm, es ist der Perodaktylus. Ja, der Perodaktylus. Oder, ja, Pterodaktylus und der Raptor. Und hier ist das Besondere, die sind beide noch in ihrem Blister. Und die haben auch solche kleinen Papp-Fixierungen und halt auch diese, ja, diese typischen Drähte, die man halt von damals kennt, zum Fixieren von den Sachen. Die sind alle noch dabei. Habe ich über Ebay bekommen für 40 Euro. Also absolut der Top-Preis dafür. Und ich finde die OVP wunderschön. Die Dinos von den Dino-Riders wurden in mehreren Teilen recycelt. Es gibt einmal die Cadillacs in Dinosaur-Reihe. Da wurden auch einige von den Dinos nochmal verwurstet. Und dann gibt es hier diese Dinosaur-Collection. Dann gibt es die Smithsonian-Collection. Und auch nochmal von Simba, die, ähm, ja, einfach Dinosaurier. Knock-Offs sind es eher von den Simba-Dinos. Die gibt es auch in einer superschönen Originalverpackung. Gibt es auch einige. Und von diesen gibt es, glaube ich, nochmal alle. Also auf der Rückseite sind hier, wie man ja sieht, auch nochmal alle Dinos so abgebildet aus den ersten beiden Waves. Und, äh, ja, da bin ich mal auf der Suche. Den gibt es den T-Rex. Der wäre natürlich sehr cool in der Originalverpackung hiervon. Und, äh, ja, halte ich immer mal die Augen auf. Wenn ich die Sachen günstig finde, dann nehme ich mir die ganz gerne mit. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass es von der Dinosaur-Collection auch eine Smithsonian-Ausgabe gab. Und das ist diese hier. Die ist von 1991 für 11,99 Dollar herausgekommen. Sieht man hier an dem wunderschönen Aufkleber noch. Der auf dem T-Rex klebt. Warum kann man das nicht unter den T-Rex kleben? Dass man wenigstens sieht, okay, es gibt noch den T-Rex. Und hier wurde es mitten auf den T-Rex geklebt. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Das ist eine, ja, eine amerikanische Box. Das ist eine Version, die es anscheinend nur in Amerika gab. Smithsonian Museum ist ja, meine ich, in Amerika. Und, ja, Naturkundemuseum. Und sehr, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall dieser Triceratops, der in einer, finde ich, viel zu großen OVP ist. Aber damit man halt ein schönes Guckfenster hat und damit man natürlich auch eine Beschreibung hat, was es genau ist, ist es auch ein wunderschönes Modell in einer wunderschönen Sammlerschutzhülle. Da hat der Manuel wieder 1er Arbeit geleistet. Sehr, sehr cool. Der Triceratops in der Smithsonian-Version. Wir sind noch lange nicht am Ende. Hier haben wir einen nicht mehr ganz so schön erhaltenen, aber durch die Sammlerschutzhülle sehr, sehr schön wirkenden Thundercats Mutant Fist Pounder. Da musste ich gerade nochmal Fist Pounder von den Mutants oder Mutant Fist Pounder. Das Teil habe ich schon sehr lange in der Sammlung. Das war so mit einer der ersten Thundercats Sachen, die ich mir damals in Deutschland sogar gekauft habe. Und das Besondere an dieser Hülle ist, dass sie sehr lange hat auf sich warten lassen, denn der Manuel hatte mir schon mal eine angepasst, die leider nicht ganz so, wo die Maße nicht ganz gestimmt haben. Und da hat er natürlich seinen Fehler wieder korrigiert. Das finde ich immer sehr schön. Das ist Service für mich. Und leider kam sie diesmal beschädigt an. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf der Kamera so gut erkennt. Hier oben ist so eine Ausbeulung drin, das aber nicht die Schuld von Manuel war, sondern von DHL. Denn die haben mir ein riesengroßes Paket etwas eingedrückt. Und wo man schon denkt, also es ist ein sehr, sehr großes und stabiles Paket gewesen. Und es ist trotzdem beschädigt angekommen. Und das ist sehr ärgerlich, denn in dieser Verpackung war dann auch noch eine Hülle für ein Lego Entertainment, Nintendo Entertainment System drin, das ich mir auch direkt holen musste. Ebenfalls ein Neuzugang von mir. Und die Hülle ist leider so beschädigt, dass ich sie nicht mehr benutzen konnte. Hier ist die Hülle noch, sage ich mal, in einem akzeptablen Zustand. Das heißt, diese muss nicht nochmal neu angefertigt werden. Und der Fist Pounder hat endlich seinen, ja, seinen Schneewittchensarg bekommen. Und ich freue mich, den endlich jetzt mal auch mal wieder ins Regal stellen zu können, weil der stand die ganze Zeit davor. Und ja, was soll ich sagen? Wunderschöne Hülle, wunderschöne OVP, geiles Artwork auf jeden Fall. Hinten auch nochmal super geil, die Sachen, die es damals von den Thundercats gab. Leider ist die Serie auch nicht so erfolgreich gewesen, denn die OVP und beziehungsweise die Figuren und die Story finde ich persönlich sehr cool. Eine Sammlerschutzhülle zeige ich euch noch und zwar mein persönliches Highlight so von diesem Jahr. Oder einer der Highlights dieses Jahres. Und zwar der Skyrunner von den Silverhawks. Der Skyrunner ist das letzte Vehikel, was mir von den Thundercats, ach, von den Silverhawks gefehlt hat. Das hier ist eine Sealed-Variante, hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Hatte damals auch einen riesigen Aufkleber drauf, den konnte ich zum Glück ohne Beschädigung auch entfernen. Und das Teil ist einfach nur mega cool. Leider nicht ganz so groß wie die Mirage. Also neben der Mirage-Karton stinkt der schon so ein bisschen ab, muss ich sagen. Aber finde ich auch so ein schönes Badass-Artwork. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und das Teil hat endlich seine verdiente Sammlerschutzhülle bekommen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Jetzt freue ich mich, den dann auch endlich auf dem Schrank platzieren zu können. Denn das ist, ja, der Schrank ist sehr, sehr hoch gebaut. Ich werde demnächst auch mal wieder eine neue Roomtour machen. Und da werdet ihr dann meine Sammlung mal wieder so ein bisschen aktueller sehen. Sehr cool. Vielen Dank nochmal an den Manuel für die geilen Sammlerschutzhüllen. Eins noch zu den Sammlerschutzhüllen. Diese sind nicht gesponsert worden. Das heißt, ich mache zwar gerne Werbung für den guten Manuel, aber das ist keine gekaufte Werbung, sondern das ist einfach Werbung aus Überzeugung. Müsste man, glaube ich, mittlerweile von mir aus den anderen Videos kennen. Ich bin einfach sehr überzeugt von den Sammlerschutzhüllen, denn die sind für mich die beste und auch die günstigste Alternative zu großen, schweren Acryl-Cases. Von daher, man kann alles einkasen lassen und man muss keine Unsummen an diesen Hüllen bezahlen. Und das finde ich persönlich sehr cool. Und der Manuel ist einfach, der leistet einfach auch einen Top-Service, wenn man Probleme hat oder wenn man irgendwas anzumarken hat, reagiert er auch sofort. Und ja, das schätze ich sehr an den Manuel, sehr cooler Dude. Guckt auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Link zu seiner Webseite, wie immer, unter dem Video. Das war es mit den Sammlerschutzhüllen. Kommen wir mal zu einem geilen Kauf- bzw. Tauschstil mit dem guten Bürgermeister, mit dem Floh und dem Retro-Pixler, dem Nico. Gruß an euch beiden oder auch das Retro-Kabinett mittlerweile genannt. Ist ein bisschen verwirrend mit den ganzen Namen, aber kriegen wir schon hin. Die beiden finden immer mal wieder, die sind meist zusammen auf Flohmärkten unterwegs und die finden hier und da immer mal wieder cool Action-Figuren-Stuff. Finde ich immer sehr, sehr geil. Und von manchen Sachen trennen sie sich natürlich dann auch. Und da komme ich dann wieder ins Spiel. Wir haben in letzter Zeit öfter mal verkauft bzw. getauscht untereinander. Und da haben wir dann auch ein paar Sachen, die sie für mich zurückgelegt haben, jetzt alles auf einmal zu mir geschickt. Und zwar, ich blende euch jetzt mal ein Bild dazu ein. Die Sachen sind nämlich schon eingeräumt. Wir haben hier einmal ein König der Löwen NES-Modul, das ich vom guten Bürgermeister habe. Nicht für 14 Euro natürlich, aber das hatte ich damals von ihm bekommen, da mir der Saro die OVP damals verkauft hatte. Da war aber das falsche Modul drin. Und so habe ich mir das passende Modul zu einem Complete Inbox König der Löwen, einem MIN-Zustand gesichert. Und das ist natürlich sehr cool. Dann gab es vom guten Bürgermeister noch den WWF-PIN. Auch sehr geil, denn der ist mit Hulk Hogan. Und er ist auch in so einem kleinen Tütchen drin. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob dieses Tütchen nicht, ich sag mal, das originale Tütchen ist von damals, oder ob das vielleicht irgendwie der Verkäufer irgendwie drum gemacht hat. Es sieht auf jeden Fall dazugehörig aus. Deswegen sehr cool, der Hulk Hogan-PIN. Dann gab es die Ghostbuster-Kassette Folge 14. Die hat mir noch in meiner Reihe gefehlt. Jetzt fehlen mir noch um die, ich glaube, um die 15 oder 10, 15 Kassetten von der Ghostbuster-Reihe. Dann habe ich diese auch komplett. Auch sehr cool. Vielen Dank an den Flow. Dann gab es einiges an Mask. Ah, Mask ist ja auch so eines meiner Kindheitsspielzeuge, die ich selber niemals hatte, aber immer sehr gerne mitgespielt habe. Wir haben hier einmal den Buzzard, also den Buzzard mit Miles Mayhem und seinem Bruder. Ich glaube, Simon heißt der. Und ja, der Buzzard ist in einem kompletten Zustand. Sehr cool. Beide Masken vorhanden, beide Figuren vorhanden. Und es sind unterschiedliche Figuren, obwohl sie eigentlich die gleiche Figur sind. Nur der eine hat einen Monocle und der andere nicht. Also sehr cool, auch vom Zustand her. Dann hat der gute Flow mir den Detonator zukommen lassen. Auch eine sehr, sehr geile Sache, denn ich hatte den Detonator in der Kindheit immer super gerne gespielt. Mein Freund hat das immer im Kindergarten mit dabei gehabt. Und ich fand, das war immer so ein Traumteil, wollte ich immer haben. Und ich hatte lustigerweise den Sitz mit einer Rakete noch in meiner Sammlung. Und der Flo hatte praktisch das Grundfahrzeug mit einer Rakete irgendwie auf dem Flohmarkt gefunden. Also unvollständig, aber sehr, sehr geil. Vom guten Peter habe ich damals die Originalverpackung dazu bekommen. Und auch sehr cool, jetzt fehlt nur noch die beiden Masken. Dann ist das Teil zu 100% komplett. Die Anleitung fehlt noch und das Inlay natürlich. Aber okay, da wollen wir jetzt mal fünfe gerade sein lassen. Die Figur ist dann zu 100% komplett. Ist es nicht complete in Box, sagen wir es mal so. Ich habe es noch von Mask den Jakal. Und zwar ist er auch zu 100% komplett. Beide Figuren mit Masken. Leider hat von dem Motorradgriff ein Stück gefehlt. Das Teil konnte ich ersetzen. Und so habe ich jetzt einen Jakal, der 100% komplett ist. Leider ohne OVP. Aber so kleine OVPs findet man eigentlich immer mal noch ganz gut. Und dann gab es noch den Scrapper von den Transformern, dieser grüne Bagger. Da ist von dem Devastator auch ein sehr, sehr cooler Transformer, den ich damals auch mit als erstes in der Sammlung hatte. Und den Scrapper hatte ich eigentlich auch schon. Aber der ist mir mal bei einem Umzug runtergefallen. Und da ist natürlich ein Stück abgebrochen. Das war super ärgerlich. Jetzt habe ich ihn wieder. Dieser ist nicht komplett. Da fehlt sozusagen noch das Dach und die kleine Waffe, die ihm in die Hand gehört. Aber das hat mich jetzt nicht gestört. Gab es für einen super fairen kleinen Bro-Price. Und dementsprechend sehr, sehr cool. Und vielen Dank, dass ich den wieder komplett und unbeschädigt in der Sammlung habe. Dann gab es von Nico noch den Drench als kleines Goodie. Der ist aus der zweiten Generation. Der gehört zu der Color Changer Reihe. Denn der hat eine kleine Wasserspritzpistole. Und wenn man ihn unter Wasser hält, dann wechselt er die Farbe. Sehr cooles Feature auf jeden Fall. Ich habe mich noch nicht getraut, wegen den Aufklebern ihn halt mit Wasser nass zu machen, um zu gucken, ob das noch funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Und als Goodie vielen Dank an den Retro-Pixler. Dann gab es auch wieder etwas Werbematerial. Und zwar haben wir hier einmal wieder ein Spielzeugring-Fachgeschäfte-Katalog von, jetzt müsste ich selber noch mal gucken, von 1990. Da sind ein paar richtig coole Sachen drin. Ich weiß, ich habe es schon mehrmals erwähnt. Ich werde aber mal eine Spezialfolge machen mit Katalogen. Und da werde ich mal ein paar Kataloge wieder vorstellen. Ist immer ein bisschen schwierig bei Katalogen, die vorzustellen. Man muss das Setup ein bisschen anders aufbauen. Man braucht Zeit, man braucht Ruhe. Und ja, mittlerweile kommen so viele Kataloge hinterher, dass ich mit dem Videotraining nicht hinterherkomme. Da ich wieder normal berufstätig bin, ist da natürlich nicht mehr so viel Freizeit vorhanden. Ihr wisst, das Problem, was man halt immer hat. Neben dem Spielzeugring-Katalog habe ich auch noch eine Idee. Ein Spielkatalog von 1995 mir über Ebay gekauft. Auch für einen kleinen Preis. Sehr cool. Da sind viele Videospiel-Sachen drin. Ich werde da, glaube ich, mal so ein paar Specials machen mit Videospiel- und Actionfigur-Werbeausschnitten aus verschiedenen Katalogen. Weil, ich sage mal, so einen Katalog vorzustellen, ist zum Teil sehr spannend. Aber manchmal wiederholt sich der Kram auch. Deswegen werde ich mir da mal ein kleines Special überlegen. Und es dann halt bei gegebener Zeit dann mal für euch abdrehen. Ein kleiner Nachtrag noch zu den Sammlerschutzhüllen. Hier kam ein Paket eben gerade noch an mit zwei Sammlerschutzhüllen, die ich noch erwarte vom guten Manuel. Die hat er gestern noch nachgereicht und ja, heute sind sie schon da. Diesmal bin ich gespannt, ob die Hüllen, beziehungsweise ob DHL die Hüllen unbeschädigt gebracht hat. Endlich hat mein Power Glove ein passendes Case und wie soll ich sagen, es sitzt wie ein Handschuh. Und auch das wirklich kleine Nintendo Entertainment System von Lego, was wirklich super schwer ist, hat seine passende Sammlerschutzhülle in einem unbeschädigten Zustand bekommen. Manuel, vielen Dank für diesen Mega-Service. Bleiben wir mal bei den Werbeflyern. Und zwar habe ich hier einen Nintendo, World of Nintendo Werbeflyer von 1995. Den habe ich per Preisvorschlag von Ebay bekommen für einen Fünfer. Fand ich absolut in Ordnung. Es sind ein paar richtig coole Sachen drin, wird auch mal bei gegebener Zeit mal vorgestellt. Jetzt habe ich noch zwei richtig coole Sachen und ein Highlight. Und wir fangen mal mit was richtig coolem an, etwas skurrilem, kannte ich vorher auch noch nicht. Das Turtles Maskenbuch. Das ist für 9,80 Mark Pfennig zu haben gewesen. Und es beinhaltet vier Pappmasken, die man, so wie hinten gezeigt, auseinander macht, zusammensteckt und aufbaut. Und es ist richtig skurril gemacht, irgendwie so eine Art Story, Malbuch kann man schon fast sagen. Obwohl, die zum Malen werden die Seiten wahrscheinlich ein bisschen arg glatt sein. Aber hier sind halt sehr skurril. Sieht ein bisschen, ja, ein bisschen arg seltsam aus, die Maske. Aber man muss ja sozusagen den Turtles Mund nach unten. Die Shredder Maske und auch die Splinter Maske. Saugut. Ja, ein bisschen Story ist noch dabei. Es gibt auch noch andere Maskenbücher, habe ich gesehen. Aber das ist jetzt eine deutsche Version von so einem Maskenbuch. Und das habe ich über Kleinanzeigen bekommen. Richtig cool. Sehr skurril. Schön für die Turtlesammlung. Eins dank dem guten Pitendo, denn der hat mir diesen wunderschönen Quicksilver auf Karte in der Unpunched Version abgeholt. Und zwar in der Nähe von Essen oder in Essen. Und der Peter wohnt ja nicht allzu weit davon entfernt. Und ja, sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall in einem Sora Case. Das Sora Case war schon dabei. Das habe ich mir nicht irgendwie dazugeholt oder anfertigen lassen. Und ja, sehr cooles Ding auf jeden Fall. Und vielen Dank nochmal an den Peter, denn der Verkäufer hat leider kein PayPal akzeptiert. Und ich wollte jetzt halt auch nicht so viel Geld dem Verkäufer einfach so überweisen, ohne dass ich ihn kenne. Und ja, ich freue mich natürlich sehr über meinen Sealed Mintigen Quicksilver. Vielen Dank nochmal an den Peter fürs Abholen. So Leute, mein Highlight, mein Werbe-Highlight dieses Jahr ist ein Werbeaufsteller, ein Aufhänger muss man eher sagen. Und zwar geht es um eine Serie, die ich sehr mag, wo ich eben gerade auch noch was hochgehalten hatte. Und zwar, ich will euch jetzt nicht ewig auf die Folter spannen, leider ist er nicht zusammengebaut. Deswegen werde ich den jetzt mal professorisch einfach mal zusammenstecken. Geht es um diesen, ja, Silverhawk, Telehawk, Werbeaufsteller von den Silverhawks, Aufhänger eher. Und zwar von Burger King. Burger King und Pepsi sind hier als Werbepartner drauf. Und das wirbt sozusagen für das Kids-Menü damals von Burger King oder die Meal Packs. Fly away with all four boxes. Ja, mega geil das Teil. Ich hoffe, davon werden auch nicht mehr, oder ich denke, davon werden auch nicht mehr so viele existieren. In einem schönen Metallic auch noch gehalten. Leider nicht mehr in dem besten Zustand. Hier gibt es leider sehr, ja, ist leider sehr gestaucht. Auch hier oben die Aufhänger, wo die Flügel dann letztendlich reinkommen, sind nicht mehr im allerbesten Zustand. Das Teil ist von 1987. Jetzt muss man mal überlegen. Das Teil hing in einem Fast-Food-Restaurant, wo viel Verkehr drin war. Wo vielleicht, auch wenn es nicht ganz so hoch gehangen hat, auch die Kinder drangekommen sind. Das Teil ist 33 Jahre alt, also ein Jahr jünger als ich. Und sieht zum Glück verbrauchter aus als ich. Und, ne, es ist mega geil. Der Verkäufer wollte damals das bei Ebay per Sofortkauf oder per Preisvorschlag hat er es angeboten. Und hatte doch damals schon einen hohen vierstelligen Bereich, wollte er dafür. Und ich habe mir damals ein Limit gesetzt. Ich hatte dann auch Kontakt mit dem Verkäufer, auch über Instagram. Und er wollte dann mein Maximum, was ich dafür bereit wäre auszugeben, hatte er damals nicht akzeptiert. Er meinte dann, ja, er tut die Sachen dann wieder in den Keller zurück und wartet einfach noch ein bisschen. Und er hat es dann letztendlich bei Ebay zur Versteigerung angeboten. Und ich habe den Zuschlag bekommen und das auch noch unter meinem Maximum. Deswegen, da war ich dann sehr froh. Man muss halt auch noch einrechnen, man muss halt auch ein bisschen Zoll noch bezahlen. Man muss halt auch noch diesen Versand aus Amerika, weil es ist halt auch aus einem amerikanischen Burger King, muss man noch dazu sagen. Das gab es in Deutschland leider nicht. Es gab in dem Kids-Menü vier verschiedene Boxen, also diese Mealboxen, wo man halt sein Essen drin bekommen hat. Und es gab auch noch vier verschiedene Spielsachen da drin. Es gab einmal einen Cooper-Kit-Aufkleber, den besitze ich auch noch. Dann gab es so ein Holo-Schild, was man sich so als Sonnenschutz sozusagen ins Gesicht oder an den Kopf machen konnte. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, so ein Sonnenschirm. Dann gab es noch einen Holo-Ring mit Monster drauf. Und es gab noch einen Tallyhawk als kleines Spielzeug. Sehr, sehr geil. Merchandise, Werbe, Silverhawks, was soll ich dazu sagen? Das Teil kommt jetzt in einen würdigen Rahmen, würde ich sagen. Und dann kommt es oben an meine Decke, werde ich das irgendwie befestigen, wo meine ganzen Silverhawk-Sachen sind. Und dann wird es, denke ich mal, ein würdiges Rentenleben bekommen bei mir. So Leute, das war es von der XXL Retro-Krempel-Neuzugänge-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Retro-Krempel. Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gude. 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 Untertitelung des ZDF, 2020